Hier stehen wir jetzt vor unserem Weltmignon. Es ist nicht, wie viele Besucherinnen und Besucher glauben, eine Art Wohnzimmer anrichtet, denn dann würde es ja nicht bei uns im Museum stehen, sondern ein pneumatisches Klappen. Es kann also von selbst spielen und damit der Automat weiß, was er zu spielen hat, besitzt dieses Gerät natürlich auch einen Datenträger, eine perforierte Notenwolle. Wenn sich nun Löcher aus der Perforation des Papiers über diesen Gleitblock schieben, gelingt es dem Automat an diesen Stellen, wo im Papier Löcher vorhanden sind, Luft in das Innere zu saugen. Diese Luft wird dann eingesogen und durch die Blasebalge verarbeitet und dadurch kommt dann eine Melodie zustande. Musik 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 Musik